ARD Text im Auftrag von Funk Ciao zusammen! Geht's gut? Tipptopp, fantastisch! Erste Frage, wer von euch ist schneller? Geht du für Juni? Ja, ich bin für mich. Er ist schon jünger. Wer hat mehr Fans? E.D. Du? Ja, schau dir mal an. Warum denkst du Grigor? Ja, ich weiss nicht. Das ist mein bestes Vorbild für meine defensivste Gäste. Warum denkst du Juni? Ja, klar. Die, die mehr zu Chor gepünkt haben. Vor ihnen. Nein, ich bin super. Ich bin super. Wer ist chaotischer? E.D. D. Hast du ein Beispiel? Nein. Nein, jetzt gehen wir zu Hause. Es ist normal, wie es immer kommt. Ja. Das ist ein Beispiel. Wer hat bis 20 das wildere Leben geführt? Gibt es ein Beispiel? Eigentlich war ich immer brav? Eigentlich war ich immer brav. Aber dann habe ich auch schon gespielt. Bist du immer schon brav? Ja, jetzt geht es noch mal auf dem Feld, oder? Schon. Ja. Nicht auf dem Feld. Ja. Nicht auf dem Feld. Wer von euch beiden hat das grössere Allgemeinwissen? Ganz schön. Das denke ich nicht. Ja, ja. Optimistisch. Ich habe das gemacht. Schöne Weihnachtszeit. Merci vielmals. Merci auch. Schöne Weihnachtszeit. Peace.